Jetzt, wo die Temperaturen wieder steil nach oben gehen, freuen wir uns doch alle auf sonnige Tage und laue Sommernächte. Die Pläne sind groß, die Nächte meist kurz. Damit wir nachts genug Energie und Erholung tanken können, ist es jetzt ratsam, auf luftig leichte Sommerbetten umzustellen. Speziell in die heißen Sommernächte wird unserem Bett einiges abverlangt. Wir schlafen unruhig, wir schwitzen. Es ist Zeit, dass man ein Naturmaterial verwendet, das das alles gut aushält. Modernes Tencel haben wir zum Beispiel als Tencel-Decken, als leichtes Sommerdecken, gibt es in alle Größe, also für 2x2, für Leute, die gerne zusammen schlafen, als Gitterbett und natürlich in den normalen Größen. Ein Sommerklassiker mittlerweile ist Leinen, also halb Baumwolle, halb Leinen, sehr kühles Material, für Leute, die zum Schwitzen neigen, haben wir auch in alle Größen auf Lager, gibt es das Unterbett, kann man wirklich das ganze Bett gut ausrüsten damit. Bei Betten Amara finden Sie natürlich auch sommerliche Bettwäsche aus kühlendem Leinen, luftiger Baumwolle oder kühlem Mako-Satin in großer Auswahl und in allen Größen. Für jede Vorliebe haben wir die passende Bettwäsche, als Fachgeschäft haben wir es natürlich auch in die Komfortgrößen auf Lager, in 2x2 und 140, 220. Vergessen Sie mal nicht aufs Leindöchel in die heißen Sommernächte. Das Klassiker ist jetzt ein Tencel-Baumwoll-Leindöchel, das ist gestrickt, spannt gut drüber, aber auch glatte, gewebte Leindöcher, Perkar-Leindöcher, Satin-Leindöcher, die machen eine kühle Nacht. Mit dieser Auswahl und bester Beratung sind Ihnen angenehme Sommernächte garantiert. Alle Angebote finden Sie im Amara-Onlineshop und in allen elf Amara-Filialen. Betten Amara finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Matikhofen, Everding, Bad Hall und Salzburg.